Moment, ich glaube, ich erinnere mich wieder, wie ich zurückkam, aber... Oh Gott, ist das eklig. Hier lang, ne? Weg kann zum Glück ziemlich lange die Luft anhalten. So. Jetzt. Wird ich das Kackvieh fangen? Komm, bist du nicht geil auf den neuen Köder? Warum bist du nicht geil auf den neuen Köder? Was willst du denn noch? Der andere Fisch ist geil auf den... Na, okay. Der gibt auch keinen Fuck. Was jetzt? Hä? Wieso ging das dieses Mal beim Rest nicht? 16... Warum? Warum? Ich... Ich... Ich glaube, es gibt Big in Adventure 2 nicht, ne? Ich glaube, er kam... Ich bin kaum ein anderes Spiel vor, falls überhaupt. Ist gut so. Oh Gott, hiernach will ich nie wieder mit diesem Charakter spielen, der ist ja schrecklich. Oh no, he's got my little bunny. Wie gesagt! Welche? Woh! Ich glaube, ich habe dich gefunden. Überraschung! Woh! 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 okay bitte sagt mir dass es nicht mehr lange ist ich nehme schon seit über einer halben stunde auf derzeit haben wir zwei stages geschafft und beide ging jeweils über zehn minuten warum ich werde auf dem einmal ging es dann der hat vorgitter noch recht nicht mehr losgelassen wenn es also ich denke mal hätte losgelassen bin ich zu sehr gezogen hätte aber vorher hatte einfach keinen fuck gegeben ich verstehe nicht warum hey hast du was zu sagen ich bin ein robot ich bin lieber amy okay Ich denke mal hier, ne? Emerald Coast Wie schön Oh Gott, nein Aua Aber ich kann mit meiner Angel zuschlagen Schön Aua Wie hab ich das denn gerade gemacht? Ach, muss ich in der Nähe sein, oder wie? Die Farbe, die du schaust, ist nach vorne Die Farbe, die du schaust, ist nach vorne Die Farbe, die du schaust, ist nach vorne Wie viel die Farbe, die du schaust, ist nach vorne Wie viel die Farbe Die Farbe halten least Da drüben. So, sei dieses Mal bitte keine Bitch. Aber das war ruhig nicht weit genug. Er gibt keinen Fuck. Aus der Kameraperspektive sieht man auch leider nicht, ob der Köder richtig landet. Komm, komm, komm. Ach komm, nimm doch einfach diesen blöden Köder. Jetzt ist der Frosch da drüben. Warum? So, ich will, dass du möglichst nahe... rankommst. Und jetzt? Komm. 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 Schlimm hinterher. Komm. Wie lange der auch braucht sich zu drehen. Komm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Na komm! Untertitelung des ZDF, 2020 Multitasking ist eine schöne Sache Okay Na komm, komm rüber Na komm! Halt nicht Na komm! Untertitelung des ZDF, 2020 Das Internet ist mal wieder sehr hilfreich, merke ich Komm! Wieso hat das jetzt losgelassen? Die Leiste ist nicht mal annähernd voll Das ist ihm offenbar jetzt Zunahmenufer, oder wie? Okay Moment, ich muss die erstmal noch irgendwie an den Haken kriegen, aber Davon muss ich dann wohl irgendeine Taste drücken, ne? Nur Welte Warte Warte Äh Hilfe Da ist Steuerung Aktion Tab umsehen Danke, Spielfühl Dafür, dass du mir nicht sagst, wie es funktioniert Okay, ich sehe Wenn ich diese, wenn diese Leiste folge, verliere ich ein Leben Aber mehr Hilfe scheint mir das Internet gerade auch nicht anbeten zu können Gibt es vielleicht eine bessere Position? Aus irgendeinem Grund hat das jetzt funktioniert Komm Bug jetzt bitte nicht rum Ich habe jetzt nicht gesehen, wie lange das gedauert hat, aber Ich verstehe nicht, wie das funktioniert No, hold on there Come back, please Give me my friend back I beggin you, please Aufwand muss man irgendwas drücken Aber ich Aber ich